Diesmal sind wir im Tierheim Freital und haben zwei echt agile Hunde. Das sind Max und Moritz, zwei junge belgische Schäferhunde, etwa fünf Monate alt. Und die suchen ein Zuhause, wo sie gefordert werden, wo sie ankommen können, wo viel mit ihnen trainiert wird, also Menschen mit Hundeverstand, die sich auskennen. Aber sie sind ganz toll. Also hier im Tierheim Freital warten zwei junge Schäferhunde, belgische Schäferhunde, auf eine neue Familie.